Was hast du dort draußen gesehen? Sieh über das gefrorene Ödland hinaus. Europa ist ein Ort voller Rätsel. Verirre dich nicht. Wir alle kommen auf der Suche nach Antworten zu diesem Mond. Was hoffst du hier zu finden? Die Dunkelheit befindet sich nun schon seit einiger Zeit auf Europa. Ihre Geschichte könnte in unserem Kampf eine Schlüsselrolle spielen. Hilf mir dabei, sie zu erschließen. Denn die tiefsten Geheimnisse Europas sind jetzt zum Greifen nah. Untertitelung des ZDF für funk, 2017